So, schönen guten Tag, willkommen zur nächsten Folge. Alles entspannt. Geht immer so ist. Seven Mans are dying. Herzlich willkommen zurück. So, jetzt. Ringspiel. Geht los. Geht die nicht dort. Da. Der ist weg, okay. Und looten nicht vergessen. Well, jetzt seid brav und bedankt dich. Schön, dass die bleiben ja ewig liegen, Herr Kutz. Ich bedank mich gleich. Händers weg. Ich hasse diese Krabbe wieder. Achso, du bist das bei mir. Ich bin neben dir, ja. Bein gebrochen, ah. Mann, was hält der denn aus? Wenn du nicht auf den Kopf triffst, ist das halt für ein Arsch. Lass mal los, lass dich nicht. Hinter dir auch noch. Das Problem ist, wenn du ihn triffst und ich ihn treffe, dann ändert er immer seine... Er ist tot jetzt. Mann, jetzt. Ah, Goldstern. Vielen Dank für eine Spende. Leute, lass es krachen. Ich hoffe, es kommen noch mehr zusammen. Ich finde, das ist schon eine wahnsinnige Anzahl, die da... Aber, ja, klar. Können wir dir mal sagen, wie viel? Grüß dich. Ja, ich sehe du gerade nicht. Was dann? Im Moment 2436, 50. Plus 555. Das ist das, was bei mir da raufgekommen ist. Nice, Dude. Sehr, sehr nice. Hier liegt noch ein Rucksack. Ja. Ja, das ist für ein Schwimmis. Ja. Oh, ich habe die Kappen angeschossen. Sorry. Danke. Du sagst so verändern. Haben wir Friendly Fire? Nee, das war bei der Rucksack. Ja, aber doch nicht. Aber Friendly Fire doch nicht, oder? Weiß ich nicht, ob Friendly Fire angeschaltet ist. Das kann natürlich sein. Wer ist denn da? Und macht hier noch... Hier kriegt ja doch noch einer. Ja, ja. Der ist bei mir. Okay. Oh, Mann, wenn ich so nah rangehe, der schlägt, wenn ich da hingehe, der schlägt doppelt so weit, wie du da jetzt stehst. Der wird wahrscheinlich mit einem Treffer mich auch gleich wegschmunzeln. Nee, mich wundert es nur, dass du da so nah rangehen kannst. Wie gesagt, ich stehe teilweise 15 Meter entfernt und treffe mich trotzdem. Wo sind die Pfeile hin? Danke für den Follow-Cat Black. Krass, ey. Weiße. Ja, Gott sei Dank sind die Blutkisten da oben noch ganz schön. Guck mal vor, die Pflanzen werden kaputt stehen. Wir haben eine Hard Metal dort. Die könnte man eigentlich jetzt mal einsetzen, oder? Ja. Ich mache einen Splint. Splint. Da. Ich setze mich mal hier unten in die Ecke. Ich komme da schon wieder. Kacken, oder was? Ja. Lange Leben aus, mit Ricke-Tricke. Ich bin jetzt... Ich führe, ich führe die Statistik mit sechs Kills an. Und die anderen sind auch gar nicht gestorben. Eigentlich stirbt nur unsere Gruppe. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und Kev. Oh Gott, ey, geht. Und Kev stört auch nicht. Ist auch noch nicht gestorben. Was ist mit denen los? Ich bin auch in unserem PvP-Event, was wir gemacht hatten, im LP, bin ich auch nicht gestorben. Ach, du hast das Spiel doch noch gar nicht richtig verstanden, sonst wärst du auch schon tot. Das siehst du ja. Guck mal, wir sind ja alles erfahrene Let's Player und wir sterben halt so häufig. Du machst das halt nicht richtig. Weißt du, weil wir auch Risiko, wir müssen ja auch ein bisschen Risiko spielen. Ne, ich bin risikofrei gestorben. Ich bin einfach nur so gestorben. Ich hab tatsächlich auch gewonnen und hab auch die meisten Spieler gekäht. So, ähm, haben wir die Tür noch oder habt ihr die eingeschmolzen? Ach nee, da ist die Tür noch. Ne, die müsste irgendwo in der Kiste sein. Ich bin wieder unterwegs nach DSV, einfach um, ähm, ich glaub wir brauchen ein neues Passwort für die Tür dann. Achso, muss ich jetzt ja machen, ne? Ich nehm das selbe. Ja, mach das selbe. Weil neue Tür, neue Tür, dann setz ich das mal eben. Ähm. Wollen wir da auch wieder ein Dach drüber machen, oder? So, ähm, wie ist der Plan? Passt, ist drin. Äh, ja, würde ich machen, aber dann halt entweder mit Iron Bass oder mit den Metal Trussings, dass wir uns dann, dass wir zu nur von oben noch runterschießen können. Hä? Oder? Also, ich, 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 ich bin es halt einfach nur gut, wenn wir dort zwei Ringe drumrum haben, wo sich die zum jetzt erstmal durcharbeiten, müssen wir das zur Not noch verteidigen. können. Ich bin für Schröbers ein Fall. Immer. Könnt ihr euch schon mal so. Könnt ihr euch schon mal so hinschreffen. Ja, könnt ihr euch schon mal notieren. Du wirst also hier 1, 2, also hier jetzt nochmal, genau dasselbe und davor den Spikes. Ja. Ähm, okay. Ähm. Für Gegenvorschläge gerne offen. Nee. Ist ja nie. Also, versuchts nicht. Also, ich sag's, ich sag's immer so gerne. Ich hab jetzt erstmal 300 Pfeilspitzen hergestellt, also Stelle her, aber die Pfeile muss Jack ihn dann halt, ne? Machen. Ich glaub, du bist da am weitesten, ne, Jack? Hä? Mit Knüppeln und Pfeilen, äh, Bögen. Ja, ich bin jetzt, äh... Ah, nee, die Pfeile kann ich auch herstellen, möchte ich. Ja, kannst du natürlich machen. Klar. Muss ich die Tür locken, oder bezieht sich das dann, ähm... Ja, ich glaub, du musst die locken. Locken. So, Pin-Code. Ja, Pin-Code ist drin, aber dann kann ich noch Locken und Anlocken machen. Oh, nein. Nee, nee. Ich hab' nur den Pin-Code und das war's. Okay, gut. Pin-Code ist derselbe wie ich, ist derselbe wie eben natürlich auch, ne? Sehr gut. So, meine Wood-Films sind der. Oh, dann können wir ja Crossbow-Bulls herstellen. Habt nur noch 60. Ja, Mann, wieso sterben die ja nicht? Da muss ich mal ändern jeden. Ganz kleinen Moment, bitte. Der stirbt nicht. Na, die anderen. Bells, Bells. Oder sehen wir das nur nicht angezeigt? Nee, das ist ja bei dir. Was fängt bei dir? Nee, nur Statistik müsstest du's sehen. Die Statistik ist jetzt gerade ruhig, wenn du das sagst. Ach, guck mal da, die sind noch alle fett am Leben. Noch nicht, hier Sturm. Guck mal die Level von denen an. Ihr Schweine wollt ihr ewig leben. Ja, wir hängen auch mit dem Level, ein Tier ist schon da. Aber da haben wir mehr Spaß. Ja, das stimmt. Was ist denn ein Level? Achso. Hi Rubenies, danke. Hi, Mann, hi, mein Lieber. Hattest du's vorhin nicht mitbekommen hast? Hi, grüß dich. Einiges geht hier manchmal unter. Einiges geht hier manchmal unter. Einiges. Das ist, wie's ist. Oh, der kommt mal raus und hat direkt die Mauer vor dem Haus. Ja, Bruder, du hast recht. Ich hab Schnüssel gerade mal. Naja, wir haben echt Pech mit der... Ich hab Schnüssel gerade mal übergebracht. The Ring to See. Mit der Horde hier. Ah, ja, guten Nacht, Sie Forge, danke. Den Zwischenstand der Spenden auf meinem Konto. Das ist ja auch ein ziemlich... Ehrlich? ...ziemlich attraktiver Betrag. Ich hab ihn gerade mal angewhispert. Okay. Das weiß er ja nicht. Achso. Kann er ja nicht sehen. Und doch, das geben ihm seine Mautze. Ketzbleck, an den Gonschen Krüße musst du drüben richten, weil er spielt in einem anderen Team mit. Apropos anderes Team. Eigentlich müssen wir mal so ein Zwischenevent starten und einfach mal so rein. So ein Helleo. Können wir mal machen, was wir... Irgendwann müssen wir ja mal rüber, ne? Oder? Ja. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, aber packt euch in den Gürtel auf jeden Fall die Pfeile, sonst freuen die sich darüber. Oh ja. Äh, ich möchte ihn zu Hause dann weiterbauen oder brauchen wir als komplettes Team, oder? Ey, komm, also wenn, dann müssen wir schon... Ja, alles klar. Du, von mir aus. Regenbogenmaus. Mirik Zwisch. Danke. Erstmal das. Ich häng ein bisschen hinterher. Und Tyrunis? Mein Junge wollte gerne was spenden. Lieben Gruß an den Jungen. Cool. Und die Regenbogenmaus. Nee, grüß. Danke, danke, danke. Warte, lass mich mal dran. Wenn ich zwei Wood Frames setzen, dann kann ich mal eine Quest abschließen. Ach, dann mach ich hier eben. Das ist so gut so. F-f-f-f-falco. Achso, ich muss die auch aufwerten, ne? Okay. Dann mach ich das mal eben. Haben wir hier schon irgendwo einen Eingang gelassen? Ah ja, okay, hier. Alles klar. Weitere haben Teams. So, ich packe mal wieder neue Steinechse hier rein. Zur allgemeinen Verwendung. Ja. Nehmen. Okay. Nehme ich gerne mit. Ich habe Level 19. Ich habe 35 Leben, ein bisschen weniger. Ja. Ich habe auch nur 49. Okay, dann müssen wir uns dann entscheiden. Nö, wir können hier Becken und Eggs essen irgendwie. Einfach mal gut essen und dann geht das. Ja, ich denke auch. Gut essen. Schnappulieren wir nochmal. Ein bisschen Frühstück hier. und McPommes und dann... So. Und du? Der Chris schreibt gerade. Was denn? Also ich finde die Kombi Ome, Jack, Well, Gonji und Astrak interessant. Okay. Was machen wir dann nächstes Jahr? Ja, genau. Was machen wir denn? So sieht das aus. Aber hier ist alles zu. Wie kommt man dann rein? Ja, wir müssen irgendwo natürlich dann noch eine Tür lassen. Also das wird jetzt natürlich alles noch aufgewertet, ne? Du kannst jetzt Crossbows herstellen, ja? Sagtest du? Check. Du denkst daran, dass du auch Holz brauchst zum Aufwerten für den ganzen... Ja. Da würde ich jetzt gleich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Dann kann ich ja Crossbow Bolts herstellen schon mal, ne? Das macht Sinn. Ja, mach ich dann mal. Ich wollte jetzt mal gucken, wie viel der Crossbow kostet. Den Forged Iron. Also wir brauchen Forged Irons. Beleder. Oh. Das Ding ist ja richtig toll bei uns. Wir brauchen immer Glue, immer Duct Tape. Glue und Duct Tape müsste eigentlich noch da sein. Forged Iron ist angeworfen, aber... Ja, warte mal. Ich breche erstmal die Herstellung von den Crossbow Bolts ab. Vielleicht... Keine Ahnung. Sicher ist sicher, ne? Weiß ich nicht. Ja, gut. Auf der anderen Seite ist der neue Eingang. Okay. Und rote Sache. Auf zweieinhalb. Run. Dankeschön. Sehr gut. Lauf. Wo passt der eigentlich? Ja. Wahnsinn. Aber gut. Sehr schön. Ohne Halb-Hype. Eigentlich schon drei. Wenn Bell einfach mal... Wenn Bell-Credit mal jetzt loswerden würde. Das erklammert noch ein bisschen. Butter auf die Stimme schmiert, dann ist sie weg. Ja. Ich kann das, müsste... Pass auf, ich werde das gleich mal überweisen und dann starte ich bei mir eine neue Session. Dann ist der Betracht bei mir wieder auf. Ach Quatsch, ich mache das am Ende. Ich könnte es auch jetzt überschieben, aber wozu, ne? Irgendwie, oder? Ja, ne. Ich werde dich schon noch dran erinnern. Ja, nein. Ne. Das brauchst du nicht. Ja. Also, ne? Wir sehen uns dann morgen, ne? Am Hauptbahnhof. Ja. Zum, äh... Da mache ich nicht mal Späße mit. Da mache ich nicht mal Späße mit, du. Da mache ich nicht mal Späße mit. Nein, das ist nur ein Spaß. Also, das ist tatsächlich nicht ernst gemeint. Ich lese hier gerade was von einem Alpha-16-Preview-Video. Habt ihr davon schon was gehört? Ja, das läuft bei Hörnsturz und mir, aber... Nein, ganz fast. Okay, noch nichts gehört. Okay, alles klar. Ach, Mann, ja, richtig. Genau, danke. Qui. Qui. Voll gut da, denk. Ja, danke. Schönen Abend. So, wollen wir jetzt direkt rüber zu den Jungs, oder was machen wir jetzt? Bin dabei. Äh, wo sollen die Spikes vor? Außen, oder wollen wir die Spikes hier... Wofür ist das Ding... Wofür ist dieser Gang jetzt in? Diese dreifache Wand? Das sind zwei Ringe, wo die sich durcharbeiten müssen, wenn sie uns angreifen. Jetzt außenrum Spikes, fertig ist die Laube. Dann sind wir innen drin relativ sicher. Ja, okay. Außen sind noch diese Slits noch ran, oben drauf. Fertig. Was für ein Nutschusborn? Na, alles klar? Oh Gott. Na, die Spikes sind ja eigentlich eher gegen die Zombies, was? Alles gut, die haben immer guten Loot. Mach sie platt. Die haben guten Loot? Ja, mach sie platt. Loot, 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 loot. Ah, hier ist natürlich auch blöd. Also hier kann man natürlich so halbwegs drüber springen, ne? Ihr sagt dann Bescheid, wenn wir rüber wollen, wann wenn, dann sollten wir das wahrscheinlich mit allen machen, oder? Wir sollten das jetzt machen, irgendwie, oder? Okay, ich glaube, jetzt gehen wir mal. Zumindest den sollten wir holen. Ja. Der ist für uns, der ist für uns. Okay, bin unterwegs. Zwei Stück, zwei Stück sind abgeworfen. Äh, ich versuch den rechten zu kriegen. Ja. Ich hab meinen Bogen verloren. Oh, der rechte ist aber weit weg, ne? Kann natürlich sein, dass es gleich Besuch kommt. Da hinten ist, glaube ich, verbranntes Biom. Warum? Nein, 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 nein. Ja, ich Auto. Was, nein? Im Verbrannten nicht, nein. Im Verbrannten, im Zerstörten. Okay. Wollte ich nur ein bisschen erschrecken. Hm. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Ein leichtes Zug. Ich fühle mich erschreckt. Ich fühle mich erschreckt. Mit dem rechten Zeigefinger. Oh, ich bin da. Besorgt. Der AirDrop kommt genau bei einem Baum runter. Ja. Probier den hinteren zu kriegen, denn. Keine Ausdauer mehr. Kauf unterwegs. Kauf unterwegs, sehe jemanden. Manu, jetzt zeigt er den nicht mehr an, den AirDrop? Ja, es kann möglich sein, vielleicht. Ist der denn weg, oder zeigt er den nicht mehr an? Ich bin jetzt direkt dran. Oh. Den rechten, den rechten AirDrop. Da kommt jemand natürlich zu. Am rechten bin ich. Ach, da ist er. Dreht euch mal um. Das sah doch ganz anders aus. Kann gar nicht, keine Ausdauer. Wurzschäcki. Äh. Wurzschäcki. Wurzschäcki. Sieht aus, aber schon in die Richtung von den beiden. Sag einfach so aus. Hast du? Jo, hat sich gelohnt. Und der Linke? Habt ihr einen linken? Ja, den hab ich. Den hab ich. Hat sich auch gelohnt. Danke, wer da nicht kennt. Anzahlung für die Fahrkarte, um den Geldkoffer zum Schnitzel zu bringen. Ja, das stimmt. So, wir haben Antibiotika. Ich glaub, wir haben einen Beaker. Ich guck gleich. Zwei Beaker haben wir. Waren da drin. Zwei Beaker, ein Antibiotika, ein First Aid Kit, einmal Iron Amor Schematik. Wer kümmert sich bei uns um Rüstung? Oder hat da schon jemand was geskillt? Sonst lerne ich die jetzt einfach mal. Nee. Doch nicht. Noch nuss das Geld. Noch gar nichts. Read. Oh, schon Level 4, wow. Wup wup. Jetzt ist Sound of Level 4. Eigentlich voll billig, ne? Nach so einem Tag hier. Eigentlich schon, ja. Und Sledgehammer Schematik war drin. Den... Das läuft unter... Würde ich nehmen. Oder? Ja. Zweimal Antibiotika, 3 First Aid Kits, SMG Receiver und Flaming Arrow Schematiks. Cool. Hm. Naja, ihr wisst ja... Ja, der läuft unter Knüppeln, ne? Sledgehammer, denke ich mir. Ja, das ist die Frage, ja. Dann lern du den mal. Das ist, glaub ich, besser. Okay, treffen wir uns bei der Base. Ja. Schwierig ist das richtige Wort, ja, genau. Äh, 13 Uhr, 46. Wollen wir nochmal los? Ja. Wollen wir uns das gleich für morgen früh vornehmen? Ich würd's für morgen früh und lieber die Base sichern. Ja. Okay. Okay. Machen wir das so. Ja. Okay. Wird doch ne Horde kommt. Also, ich mach noch Lockspikes gerade aktuell. Ähm, packe ich in die linke Kiste, Jackie, ganz unten beim Essen. Okay. Wundruchst. Just going to life. Ein First Aid Kits. Lass ich da. Du ich auch mal rein. Oh. Alter, wo ist denn hier der Eingang, Alter? Hat ne Hütte, ja. Hier ist ja unten. Mann, Mann, Achim. Da unten. Ich bin jetzt schon immer rum, wo ist denn hier... Der Eingang. Der Eingang. Der Eingang ist schwierig hier. Wir müssen das dann irgendwie nur noch, äh, ja. Irgendwie in der Tür dennoch freilassen oder wir das jetzt einmal außen drumrum zu machen. Weiß ich nicht, wie ihr das habt. Blöd. Wer das haben wollt. Ach hier. Ah, okay. Neben den... Ah, ah. Okay. Das böse Foto. So nö. Böses Ding. So. Ah, ich bin zu Hause. Oh, in der nächsten Nacht muss ich unbedingt mal kurz in die Waschräume. Irgendwie geht gar nicht anders. Wir haben ja jede Nacht entweder sterb ich oder es kommen Zombies. Bisher war nur nachts was los, ne? Oh. Äh, könnten wir eine Fire-Ex bauen? Äh, äh. Oh, Corby. Ebenfalls vielen Dank für die Spende. Nein, die Röder spendet ja. Als Bonus für den Einsatz. Könnten wir tun. Ich bin bei 155 mit der Werkzeuge. Kaputt. Jetzt. Ich level aber gleich noch weiter, nachdem die Spikes fertig sind. Ja. Ich besorge uns gleich nochmal Wasser. Ich hab 58 Gläser in der Tasche. Ich brauch Stein. Die fülle ich gleich mal nach eben. Ich brauch nur einen Bogen. Hier ist Hasen. Und dann haben wir morgen genug Wasser mit, wenn wir dann unterwegs sind. Für erst Dauer und so. Sehr gut. Ach, der Hase ist OP. Ja, in der Alpha 16 sollen Wölfe und Schlangen dazukommen, ne? Hä? Ich hätte die fast schon in der Alpha 15 erwartet, ehrlich gesagt. Tut mir leid. Nevisgain, sollen da nicht auch die Banditen drin sein? Äh, die sind nicht dementiert. Ich glaub, die sind... Die Banditen sind, glaub ich, noch gar nicht im Spiel. Sag mal, für Glue brauchen wir mal Wasser. Franky. Knochen. Du musst Knochen einschmelzen. Wir haben zwei Beaker jetzt mittlerweile. Sind die schon drin? Die sind... Ne, in der Kiste. Ne, die sind hier unten. Ja, klar, ich sehe sie. Ähm, wir könnten mal... Wir haben jetzt auch kein Potassium oder so, ne? Weil sonst könnte man... Ja, doch, 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 doch. Aber wenn nicht nur so eine Pickaxe machen und dann, ähm, die, die Ressourcensteine anbauen, dann kriegen wir das immer mit raus. Lehmhirsch. Ja, bitte. Er will leben. Er will leben. Ach, er ist. Das ist doch nur alles. Lass ihn doch leben. Ja, nicht heute. Du brauchst noch Fort Aris. Das stimmt, Arkad. Wenn jemand noch Golden Rotty sieht, auch mal mitnehmen. Mhm. Ich hätte mich gerade darauf hingewiesen und dass ich welchen mitnehmen soll. Und das mache ich auch. Ich bin auch hungrig. Und durstig. Ich bin auch hungrig. Und durstig. Oh, mach mal schrippenfertig. Joe Walker. Der muss. Einmal Duct Tape. Mann, ist der teuer, ey. Zeig dir. Wer denn? Der, äh... Der Groschbo. Der Groschbo ist der, ja. Ich will auch in. Ich will auch in, Frieda. Was? Ja, den würde ich natürlich jeder von uns gerne nehmen. Das kriegen wir auch hin? Ja, macht euch keine Sorgen. Ihr habt den richtigen Mann am richtigen Ort. Ich versorge noch mal. Tontaube Tontaube, für den guten Zweck Dankeschön Mit den Stone Axes bedient ihr euch immer hier aus der Kiste, ne? Ich pack da immer das aktuellste rein Was heißt, ob ich immer noch die schwachen Die Hirsche sind nicht stärker Ich war gerade gefragt, ob ich immer noch die schwachen Hirsche drin habe Kann man die einstellen? Nein Hier kommt ein Z Guten Tag Bestimmt Gonji in Verkleidung hier Hat auch ein bisschen Make-up im Gesicht Wir haben ja jetzt nicht so schlecht Ich pack nochmal Metall in die Rechte Kiste Juppi So, wo geht es denn hier rein? Ach Gott, was ein Weg So, zwei Crossballs kommen Bolts sind allerdings noch nicht fertig Hast du sie angefangen? Ne, habe ich nicht Die Fehlern, die ich hatte, liegen in der Kiste, waren jetzt nur 86 oder so Das ist auch schon mal eine Zahl So, jetzt hab ich nochmal 12 Fleisch 15 Heid Hab noch ein bisschen Kram mitgebracht Nice, nice, nice Ich kann dir nicht sagen, wo die liegen, ich hab auf den Sortieren-Button geklickt Danach sah das ordentlich aus Ich mag diesen, ich mag ihn Ja, komm mal hin, arbeite damit Ich will sie trotzdem nicht Fuck Ja Was in dem Spiel fehlt, ist eine alphabetische Suche in den Kisten Also, dass die Suche auch in den Kisten funktioniert Das wär toll wär das Dann würde ich nie wieder was aufräumen So Einfach nur noch reinmühlen Ja Nur noch Das wäre eine gute Funktion Und das würde funktionieren, man würde damit umgehen können Ja Okay, Hermann Oh, jemand verletzt dich da draußen Ja, das bin ich Hermann schreibt grad, bei Gonji wird das sehr sehr ernst genommen Was? Echt? Das PVP oder was ernst genommen? Ich weiß nicht was Oder der Spruch mit dem Make-up Dass ich ihn gemessert hab vielleicht gerade So, innerlich Hast du ihn verbal gemessert? Gefühlt 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 so, innerlich gefühlt so Sehr gut Ich bin schon länger nicht mehr gestorben Ja Kevin, nach dir Ja Gute Nacht Ah, Mann Aber ich arbeite nicht Ah 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 Wir haben ja wieder wie getan Meine Oh Die Blutung hört doch schnell wieder auf, ne? Oh, misch Relativ, ja? Tut sie? Wie? Die hört doch von der Hörs Von alleine hört die doch nicht wieder auf, die Blutung oder? Doch, doch 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 Bei den Spikes hört sie tatsächlich bei den Woodlock Spikes Bei den normalen Achso, bei den bei den Spitzen Spikes müsst ihr aufpassen, ne? Also der Erste verletzt euch nur für 5, aber alle weiteren dann für 30. 300, Tante, ich hab keine Waffe. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme. Man braucht hier 1000 Jahre, um hier rauszukommen. Wir brauchen ein Dach. So sieht's aus. Wer schießt? Ecke. Aua, nicht mich schlagen. Die ist doch tot drüber, Mann. Die ist tot. Bleib ruhig. Ich geh gleich um, Freund. Uh, hier. Lasse, krieg bitte mal einen Bogen. Ja, mal eben. Oder was soll ich das jetzt machen? Ja, jetzt nebenbei, bitte, ja. Nebenbei. Aufhören und Zwiebel nicht töten. Aber mit Liebe machen, ne? Nicht rumheckern jetzt. Ja, mit Liebe. Und mit der rechten Hand doch noch einen Zwiebel nicht töten. Na gut, dann hacke ich hier halt. Ja, hacke. Was kein Problem. Verdammte Scheiße, hacke du. Der will sieben. So, jöder Assi. Ah, läuft bei euch, ne? Ihr zwei. Achts. Hier, nächster Schreiter. Komme. Kümmerst dich drum, bitteschön. Kümmer mich drum. Bin auch auf mich. Und liegt. Und. Tod. Oh, Prost. Ich werde mal nie mal ein bisschen auf. Das hat kein Problem. Hast du weiter spawnt? Ja. Mehr Arbeit für mich. Ja, die spawnen immer. Die spawnen immer was. Wenn ich mehr Ausdauer hätte. Ich brauche dringend einen Skillpunkt, damit ich ein bisschen Ausdauer an so skillen kann. Das geht gar nicht gerade. Nee, bleib schon mal echt. Was ist denn schon gar nichts? Ich hab jetzt aber wirklich Arbeit, ne? Also, ich hab Arbeit. Wir sind ja du machst, aber ich hab hier Arbeit. Ich werte nur. Ja, naja. Dann wer war so hinter dir kommt irgendwie ein Zombie auf dich zu. Oh, ja. Hat der erklärt. Ein besser Freund. Von hier hin. Zack. Liegt. Antibiotika? Das haben wir eigentlich Antibiotika? Ja, haben wir. Eins haben wir. Eins haben wir. Nein, ich hab auch vorhin im AirDrop 3 gefunden. Also, ist alles, ist alles in der Kiste. Oh, hier ist ein Zombie drinnen. Wie kommt der da drin? Dann kann man nicht da drin gelassen. Da kannst du aber auf jeden Wetten, kannst du da. Meinen Fall entgeht niemand. Die großen Spikes bringen uns eigentlich erst wirklich was, wenn die auf ziemlich hohen Metallstatus aufgewertet sind. Das ist wohl wahr, aber die sind schneller zu bauen und schneller wieder aufzuwerten, schneller zu ersetzen als deine Kleinen. Ja, aber die Kleinen, zwei Reihen, kleine Spikes sollen eine Ferranorte einfach mal eben so killen, ne? Okay. Also, komplett irgendwie. Quatsch. Wie gesagt, der Erste macht 5 Schaden und alle weiteren machen dann plus 30 Schaden. Wow, für einen guten Zweck immer gerne, herzlichen Dank. Zum Tauben. Wow, super, danke schön. Wow, cool. Prima, warte mal. Und du, 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 komm her. Ich bin hier hinten, ja, ich bin jetzt hier beim Baum und hohe Holz. Komm her, ich verpeine, was cleanet, was checket. Schön, 50 Euro. Nochmal 5 von Atom. Atomameise. Hier, weil du bist. Und weil ich dich mag. Oh, war gar ein Hallöchen. Mein Kling geht immer mal wieder. Den, vielen Dank, Jackie. Ja, danke. Okay. Warte mal, nimm mal den noch hier zur Überbrückung. Hast du noch ein paar Heile? Ich glaube, Streamlabs hat immer noch ein bisschen. Ja, 88 Heile noch, danke. Okay. Äh, ich mach grad hier die Bowls. Ja. Wäre ich gut. Äh, komm mal her. Nimm du mal das hier. Ich bin noch hier bei dir. Okay. Hallöchen, the flaming. Hm. So, ich werte die Spikes gerade mal alle auf, wenigstens um eine Stufe aus. Ja. Weil, sonst sind die gleich kaputt für einen Zombie-Hugel. Ich hol noch Holz, deswegen, sonst hätte ich das gleich noch mitgemacht. Nee. Club Asrak, der legt sich mit mir an. Ich brauch hier auch ein paar. Meinst du? Warum? Warum? Äh, nee, der legt sich mit mir an, rein spielisch gesehen hier, äh, weil er fast, weil er nachzieht, was die Zombie-Kills angeht hier. Aber nicht mit der Commander. Ja, ja, das war auch spielerisch gemeint irgendwo oder so. Ja. Sowieso. Äh, Tani, Epic, ich werde es trotzdem weiterleiten. Danke dir. Du riechst den siebten Tod in der Luft? Ah, krass. Ja, irgendwas, irgendwas kann jeder, ne? Und wenn man die Statistik sieht, kann man ja genau sehen, was ich kann. Ähm, ich muss auch sagen, die Tote, äh, die Tote von dir ziehen Punkte ab, war. Ja. Im Level. Jeder Tod, ja. Und wie 20 Punkte oder so? Weiß nicht so. Kann ich dir jetzt nicht sagen, aber... Sind zwei mal gestorben? Nee, fünf. Ja, wir haben eigentlich einen wahren Profi bei uns im Team. Na, und der wäre? Naja, das ist der Cap. Ja. Der, der sich aufkält. Der ist der Einzige, der so einen P4P-Wettbewerb mal gewonnen hat. Ja. Sehr gut. Ich hab noch nie mitgemacht, deswegen. Wir haben unsere Last mit den Zombies, ne? Patrick, wer blockt deine Päne? Der Hammer würde ich jetzt nicht gerne herstellen, weil, ähm... Oder haben wir einen Klorheimer? Ja. Hat die P4P-Wettbewerb? Ja. Haben wir einen, der nicht in Benutzung ist? Dann, weil nämlich den ganz gerne in den Fis aufwerten. Ich guck mal nach, ob der noch in der Kiste liegt. So, okay, na, ich... Also, wir wollten ja eigentlich los, ne? Aber das hat sich ja schon wieder erledigt. Morgen früh. Nee, anscheinend sind beide Klorheimer unterwegs, ne? Ja. Ich hab keinen. Oh, schön. Wofür? Ich hab noch einen. Ich hab eh grad keinen Holz mehr. Kannst du haben. Ah, okay. Danke, dann... Weil das geht dann doch ein bisschen schneller. Definitiv. Ach, toll, jetzt hab ich auch kein Holz mehr. Haha. Ich hab doch hier einen Hund hier. 44 hab ich. Habe? Den wollte ich gerade Holz holen. Äh, sag dir mal unterstützungstechnisch unterstützen. Alles gut. Er hat sich selber ins Aus gesheetet. Er hat den Kopf durch den Zaun gesteckt und hat gedacht, naja, warten wir mal. Komm her, ich fress dich nicht. Holz, 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 Holz. Oh, Vitaminchen. Okay, wir sind eine Runde rum mit dem Aufwerten. Ähm. Ein Innerenkreis hab ich schon angekommen. Paladin Ron 1983. Den inneren Kreis mit Aufwerten als jetzt. Weil Weltzapier mal wieder über 70 ist. Keil. Oh, fuck. Da war doch ein Hund. Und Atom, es kommt nicht auf die Menge an. Hauptsache, du hast dran gedacht. Oder ein Loben. Oder ein Loben. Oder ein Loben, genau. Einfach mal, oder ein Loben. Warum eigentlich? Was, wieso, warum? So. Habe ich jetzt für mich entschieden. Ihr müsstet nicht machen. Super, Mann. Da hast du recht. Ich kann ja nicht einfach jemanden loben. Doch, klar. Doch. Einfach machen. Wir sind netter. Wir sind gut. Aber nachher gewöhnen die sich dran. Ja, das ist doch gut so. Also man muss schon so ein bisschen, also muss man schon machen. Das muss man schon einteilen. Nein, also einteilen sicher, aber man muss auch schon mal wissen. Ach, Frischungsloben, so. Nee, das nicht. Ach so. So nicht. Ja, dann. Ich versuch's mal. Nee, lass. Komm, danke, Nick. Komm, super, super, wo dann. Nee, wirklich, ganz toll. Nicht so anders, ne? Das war jetzt zu dick auf die Seite. Nee, das war kacke, aber. Zu viel Sarkasmus auch, ja. Komm, du lernst noch. Das war kein Meister vom Himmel gefallen. Ich mach uns jetzt was, als kann ich, wenn ich es. Wie spät ist das eigentlich, bevor ich jetzt hier weiterlaufe? 21.07 Uhr. Ich bin weg. Das ist blöd. Viel zu spät. Dankeschön. Wer macht die Faut aus? Wir hatten eine Stirnlampe. Ich nicht. Omega. Scheiße. Oh, die Lakonik. Das ist ja für mich gewesen hier, oder? Ähm, wir sollten die Forge vielleicht nicht mit normalen Halsverfahren. Wir sollten die nachts auslassen. Boah, ich bin bei 10. Ich werde von 10. Ja, am besten machen wir die nachts aus. Nice. Unfassbar. Äh, ich hab übrigens Zombies mitgebracht. Wer jetzt draußen bleibt, äh, ist selber schuld. Äh, wiss ich dein Ernst. Naja, was soll ich machen? Hast du jetzt wirklich? Ja, aber sie kommen da einfach so. Ja, dann... Einer. Jetzt saßt du so in deinem Leichtsinn. Forge ist aus. Ich bin mal weg. Hinter dir. Mich verletzt. Oh, noch einer. Vielleicht mal ein Tür rein. Voll ein. Frühlein. Hinter dir. Jack. Danke. Kommt durch die erste Tür durch. Kommt durch die erste Tür durch. Wir brauchen was, wo wir rausschießen können noch. Ja, ja, machen wir gleich. Ich glaub, da kommt noch was. Ja. Eine Tür sitzt. Wenn du stirbst, krieg ich dein Crossbow. Nope. Okay, ähm, kannst du mir helfen? Ich will es dann. Ich will es dann. Ich will nur kurz. Okay, jetzt komme ich und helfe dir. Was machst du? Du hast mich wahrscheinlich getötet. Guck mal kurz auf die Statistik. Mann. Oh, fuck. Oh, ist das dunkle. Ja, ich mach mal eben. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man so ein Licht hat. Kann mir noch eine Fackel nehmen. Ich würde ja gerne was auf meine Pistole drauf montieren. Das geht halt nicht. Ich habe ein Schrober, mein Dings nicht. Scheiße. Sondern jetzt in mir. Wir haben hier gerade geschnauft. Hier wird nicht geschnauft. Ihr schnitzelt. Ihr schnubst. Ihr schnitzelt? Geschnitzelt. Apropos geschnitzelt. 100 Euro. Oh, wow. Krass. Ayuta. Wahnsinn. Ayuta? Einfach genial, wunderschön. Noch mal? Geil. Ihr habt das schon mitgegeben? Ja, ihr habt doch am Anfang. Ayuta hatte am Anfang schon mal denselben Betracht. Ja. Krass. Ayuta, danke. Heißt ja nicht, dass man nur einmal spenden darf, ne? Nein. Weit hat das ja nicht, ne? Ich mache mir hier eine ganz kurze Pause. Ich komme gleich wieder. Na klar. Ja, weil, wenn ich jetzt nicht gehe, dann brauche ich auch nicht mehr. Woodroofs Gamerhose. Schöne. Dann wollen wir jetzt auch nicht mehr. Ist auch Quatsch jetzt. Hallo. Ähm, so, ich habe keine Pfeile mehr. Komm, rin. Ich habe noch ein paar. In Iron technisch gesehen. Hä? Wollen wir die Tür hier draußen auch? Ey, warte, dreh dich mal um. Hier ist, hier ist eine Tür. Hallo. Wo ist das? Das ist der Cap. Jetzt bin ich drin. Warte. Da. Schön, wie du zu Hause sein. Nimm mal, Alec, mach mal hier doppelt hier. Nimm mal die und nimm mal die. Wollen wir was zu essen da? Noch einen schönen Bogen für mich? Oh, selbstverständlich. Komm zu warten. Wir gehen hier einen kleinen Momenten. Bitte, hier. Machen wir einen schönen Bogen. Zweifuchtsch. Bogen, Bogen, Bogen. Hier, komm, zweifuchtsch. Was, zweifuchtsch. Oh, schönes Stück Holz. Kleines Ding, ne? Schönes Stück Holz. Mit einer ganz schönen Bogen. Ich hätte noch mal neun, äh, neun gerne. Das geht ab, Lexus. Alles. Hier, noch einen Bogen. Noch jemanden Bogen. Ich habe einen Shotgun-Stock hier. Ein bisschen leg ich mal rein. 25 Federn in die Kiste. Bin ich hier drin sicher? Kannst du dich hier durchkommen? Kommt mir hier ganz schön nah vor. Ja. Noch nicht. Noch nicht. Danke. Ja, die sind schon fast durch die Außentür. Ja, die Hütten oben drüber. Oh, bitte sind die oben drüber. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Tatsächlich. Die Hütten hinten oben drüber, der hat fast befürchtet. Ja, die sind ja. Komm, Rim. Oh, nein. Oh, Gott. Nein, die kommen durch. Ja. Hört die Tür zu. Wir brauchen hier Übergänge. Hat. Wo kommt die denn her? Das ist ja geil. Ich geh gerade mal aufs Klo, komm wieder. Ja. Und sie hier direkt mit ne Krankenschwester an mir am Vorbeirennen. Die nichts. Die nichts von mir wollte. Nee, die war für mich. Wer war denn? Das Volk alles herkommt. Hat es hier in das frühen Teil rein? Ries nicht die ganze Munition weg, oder? Ja, okay. Doof ist nicht. Also, Jut ist nicht. Aber war jetzt schnell zu. Das war die Schrecksekunde. Oh, nein. Wir haben auch immer Pechmällscheiße. Ach, ich finde, ich finde, ja. Kreischerin links, links, links. Vorm Haus ist ne Kreischerin. Vorm Haus. Ja, okay. Ome, links von dir. Ja, ja. Die ist abgehauen. Was ist denn mit der Logos? Warum haut die ab? Wir müssen die Kreischerin totkriegen. Wo ist sie? Sieht die jemand? Nein. Vor der Tür steht sie. Vor unserer Tür. An der Hütte. Die wird sie mir weg. Geh weg. Den kannst du aber nicht drüber. Da sind also zwei. Draußen ist noch eine. Da kommt aber. Und geht die nicht kaputt? Hört die an, oder was? Na, ich stehe dummerweise vor der Kreischerin. In der. Ich stehe in der Kreischerin. Sie ist in mir. Wie kann man es so sagen? Auch in dem Ziel. Geht so. Ich kann euch halt leider nicht fest. Kreischerin ist down. Der ist nach draußen. Ich habe weder doch Bogen hatte ich, noch für den Pfeiler. Da werden wir noch einmal aufs Klo, ey. Hier ist noch irgendwo eine Kreischerin, ne? Ja, die steht auch wieder vor der Tür. Da steht ein Pfeiler auf dem Bogen. Ganz mal her. Ja, läuft auch Richtung Haupteingang läuft sie. Ja, dann sind es drei, weil da steht jetzt schon eine vor der Tür. Da kommt noch eine über den Zaun. Oh, ja, schön. Das war's. Fünf Euro, bitte. Danke. Ich weiß nicht, hat jemand draußen Woodframes hingestellt, dass die außen die Wand hochlaufen können? Das ist doch nicht normal. Da stehen aber bestimmt Spikes, oder? Die Stelle da vorne, die ist einfach zu klein. Da muss noch was rauf. Ja, es ist nicht gut, dass die da hochkommen. Ah, hinter mir. Ich habe den Lachstrich. Ey, ich jetzt nicht, sag nicht, dass die... Ähm, doch, doch. Die sind im zweiten Ring. Also im ersten Ring. Ja, die kommen einfach, die gehen einfach über die Balotraden hier. Pipe-Bongs, Pipe-Bongs. Scheiße. Mama, die haben aber Glück hier. Was macht sie eigentlich bei den anderen in der Nacht? Ja, das ist die Freie, ne? Ja. Ich glaube, die haben es noch zu schlecht. Ihr habt ja aber voll die Einladung hier gerade stehen, oder? Ja. Da ist noch ordentlich das Ganze. Okay, die kommen jetzt langsam durch unsere Metalltür. Kannst du denn noch ein bisschen, äh... Ja, ich versuche, die zu reparieren. Bye-bye. Ich nehme die mal jetzt raus und füße mit auf die Reise. Bei der Fläsch. Ähm, sie müssten die echt dringend mal jetzt abhalten von... Ja, ja, wir schießen von hier rum. Nein, die sind jetzt im Schlafzimmer gleich drin, ne? Im Schlafzimmer. Wie ist im Schlafzimmer? Im Schlafzimmer. Ich habe mich auch geholfen in deinem Bett. Okay. Ich habe kein Holz mehr. Ich kann nichts reparieren. Was ist scheiße. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was? Kommt mir nicht hin. Geil, wir haben noch mal einen Screenshot, komm. Was für ein Holz der hat. Scheiße. Ich könnte jetzt raus und hilfreich. Ach nee, ich weiß nicht, die sind drin, ne? Ja. Das wäre jetzt echt top, das heißt, ja. Wollen wir vielleicht eine Briefkaufelruhe schicken an unsere Feinde, ob die uns helfen? Scheiße. Das ist ein Raid hier, oder? Das ist ein Beklage. Das geht auf alle Fälle nicht gut aus. Nee. Also ich locke sie in vorne bei der Tür ein bisschen, ich senke sie vorne ein bisschen ab, so weit wie es geht. Der auf den Boden kriecht, der ist gleich weg, vorweg. Ich habe jetzt einen Rucksack gemutet, das war nicht meiner. Omega, super, danke. Ich war der Höchstücher. Das Purseste, die fandest du, wir haben einen Ohn mit Schlafzimmer durch. Ja. Ja, korrekt. Und die behindern sich hier vorne gerade alle gegenseitig. Das macht nichts zu tun. Seven Waves to die. Seven Waves to die. Okay, ich würde sagen, morgen gehen drei Leute unten los und machen die beiden Gegner ein bisschen Schlamangoli und die anderen machen hier die Basis ein bisschen weiter. Kumpanse. Ja. Danke, Kumpanse. Danke schön. Das geht gar nicht. Danke. Aber jetzt kommen sie durch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, nehm an, nehm an, nehm an, nehm an. Das muss doch einfach gehen. Wir haben doch direkt so. Ne, so wird das mit dem PvP noch nicht viel. Achtung, Mario. Ja. Oh, Mann, Wendel. Wel, jetzt sei brav im Gedanken. Blackwater, es tut mir gerade wirklich sehr leid, ich habe dich gerade übernommen. Was? Es ist genau, du bist in meinen Schlussgenau. Ich verstehe nichts mehr, es ist, das Spiel ist zu laut. Moment, ich verstehe kein Gott mehr von euch gerade. Es ist nicht das Spiel. Doch. So, sag nochmal, was? Wir haben es gleich, gleich weg. Ich habe dich gerade erschossen, das tut mir leid. Ach, das ist nicht so schlimm, du. Letzter Fall, ich kann nicht mehr... Da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Ich habe noch ein paar. Also, Klaus-Boros hier. Passt auf eure Beine auf. Passt auf eure Beine auf. Wahnsinn. Schimpanse hat auch nochmal gespendet, 50. Zähne ist natürlich auch wieder mit dabei, mit den 5 Euro. Oh, Fränkisch Zocker, sorry, die habe ich nicht gesehen. Bei mir kamen auch 5 Euro für Killerspiele gegen Krebs, Smiley, rein. Eine Spende, auch sehr schön. Ja, Killerspiele gegen Krebs, genau. Finde ich gut. Hat was. Noch keine Killerspiele? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Naja, aber ich habe ja mal gesagt in meinem Video, ne? Wenn mal so eine Counter-Strike-Offensive für einen guten Zweck käme, dann würde die Presse vielleicht auch mal nicht ständig dieses Killerspiel-Dings da nackern, ne? So, wir müssen schneiden, wir haben einen Folgenwechsel. Sicher sind wir bei den Gegner, würde ich sagen. Dann sage ich jetzt mal, tschüss für diese Folge, oder? Oder? Nein. Witcher 2 2 1 1 1 1 1 1 1